Neue Megaprognose für den Bitcoin. JP Morgan sieht die Kryptowährung bei 130.000 Dollar. Außerdem die EZB sieht eine Inflation, aber nur kurzzeitig und die DAX-Impf-Rallye geht weiter. Kommt jetzt bald eine Konsolidierung. Das alles heute bei uns in der Sendung. Außerdem wieder zwei Top-Empfehlungen, die Bank of America und Porsche. Das alles bei InsideMarketsX. Ich bin Manuel Koch. Herzlich Willkommen. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Entwarnung gibt die Europäische Zentralbank. Man erwartet zwar deutlich steigende Preise in den nächsten Monaten, aber nur für eine kurze Zeit. So der EZB-Chefvolkswirt Philipp Lane. In den nächsten Jahren werde die Inflation deutlich unter dem Ziel von 2% bleiben. Auch diese Woche hat der DAX wieder ein neues Rekordhoch erreicht. Viele Anleger haben jetzt aber auch einfach mal Gewinne mitgenommen. Ist der Markt zu schnell zu stark gestiegen? Manche erwarten eine Konsolidierung. Charttechnisch müsste der Index aber ordentlich in den Keller rasseln, um aus dem Aufwärtstrend zu fallen. Außerdem ist der Börsenmonat April ein ganz ordentlicher Monat und statistisch gesehen seit 1959 um durchschnittlich knapp 1% gestiegen. Der Goldpreis sucht weiter seine Richtung. Er ist zwar wieder etwas angestiegen, aber er steht vor wichtigen Widerständen. Die Luft oberhalb von 1.750 Dollar wird langsam dünner. Anlegerschichten anscheinend von Gold-ETFs in Aktien um. Und geht das Geld von Gold vielleicht auch in den Bitcoin? Wir sprechen gleich weiter und schauen auf die Mega-Bitcoin-Prognose. Jetzt aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Börsenwissen verbessern wollt, dann schaut doch einfach auf die kostenlosen Börsen-Webinare der Trading House Börsenakademie. Das könnt ihr bequem von zu Hause, aus dem Büro, aus dem Homeoffice, wo immer ihr seid, mitmachen. Die nächsten Termine. Am 29. April erfolgreich mit Bluestar handeln, wie ich das Trendfolgesystem richtig anwende. Und am 27. Mai handelt Strategien und deren Umsetzung die besten Strategien für Einsteiger. Meldet euch am besten jetzt kostenlos an unter trading-house.de JP Morgan, eine der größten Investmentbanken der Welt, sieht ein enormes Kurspotenzial beim Bitcoin. Langfristig erwartet man ein Ziel von 130.000 US-Dollar. Zum Vergleich, momentan liegt der Bitcoin etwa bei 57.000 US-Dollar. Dafür sieht die US-Bank drei Gründe. Geringere Kursschwankungen, mehr institutionelle Investoren und Konkurrenz zum Gold. Gerade die Jüngeren würden Bitcoin gegen Gold immer mehr bevorzugen. Und wir schauen auf die Top-Aktien-Empfehlungen. Die Analysten sehen die Bank of America weiterhin auf der Long-Seite, sehen aber bei 40 US-Dollar doch eine größere Hürde und die Aktie könnte auf 38 Dollar erst einmal zurückfallen. Ein idealer Einstiegspunkt für frische Long-Positionen stellt der Bereich um 36,59 Dollar dar. Bereits investierte Anleger können jetzt Gewinne realisieren oder aber zumindest ihren Stopp enger nachziehen. Sollte jedoch die Zweifachunterstützung im Bereich von 35 US-Dollar 65 einem Bruch zum Opfer fallen, müssten weitere Abschläge auf rund 34 Dollar bei der Bank of America-Aktie zwingend einkalkuliert werden. Übergeordnetes Ziel ist aber weiter bei 42,51 Dollar für die Boa-Aktie zu favorisieren. Das hohe Kurspotenzial bei der Porsche-Aktie mahnt zur Vorsicht, Long-Positionen sollten jetzt enger abgesichert werden oder Gewinne einfach mal vom Tisch genommen werden. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen auch hier eine Long-Chance. Naturgemäß sind derartigen Kurszuwächsengrenzen gesetzt. Eine könnte an den Jahreshochs aus 2015 bei 94,56 Euro für die Porsche-Aktie liegen, spätestens jedoch an der psychologisch relevanten Marke von rund 100 Euro. Häufig treten an derartigen Stellen kurzfristige Trendwechsel ein. Doch insgesamt wird an einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung festgehalten. Dies könnte im gegebenen Fall das Niveau von 80 Euro darstellen. Aus mittel- und langfristiger Sicht ist sogar ein Kurspotenzial von rund 130 Euro möglich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside MarketsX. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.